Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht-der-Weisheit-Letzter-Schluss. Dieses Mal geht es um mein M23 Software-Verteilungssystem und die Frage, was ist das überhaupt? Einmal kurz zusammengefasst, was M23 so leistet. Ihr könnt mit M23 verschiedene Systeme innerhalb von eurem Netzwerk installieren. Also wenn ihr einen leeren Rechner hinstellt, könnt ihr über M23 eine Linux-Distribution darauf installieren, inklusive Desktop, weitere Anwendungen und ihr könnt hinterher die Systeme auch managen. Also ihr könnt da Updates installieren, ihr könnt Software installieren, deinstallieren und so weiter und Konfigurationsaufgaben durchführen. Das Ganze funktioniert sowohl auf echter Hardware als auch auf virtuellen Maschinen. Und neben diesen grundlegenden Funktionen bringt M23 sehr viel zum Thema Client-Management und sonstiger Funktionen mit, sodass ihr euren Zoo an verschiedenen Systemen damit ganz einfach managen, installieren, updaten könnt und so weiter und so fort. Von Haus aus unterstützt M23 die Client-Distributionen Debian, Linux Mint und Ubuntu. Auf euren M23 Clients könnt ihr die Lizenz kostenfrei installieren und dabei könnt ihr auch verschiedene Desktop-Oberflächen mit installieren und durch M23 einrichten lassen. Natürlich könnt ihr auch die ganze Software, die in den Distributionen enthalten ist, auf euren System installieren. Prinzipiell ist es allerdings auch möglich, zusätzliche Distributionen, die nicht aus dem Debian-Universum kommen, mit M23 zu installieren. Wenn ihr da Interesse habt, dann könnt ihr gerne bei mir anfragen. Ich mache Dienstleistungen zu M23 und Open Source und innerhalb von einem Entwicklungsauftrag ließe sich das bestimmt auch realisieren. Schauen wir uns einmal an, wie eine typische M23-Umgebung aussieht. Wir haben einmal einen Rechner oder irgendein anderes Gerät mit einem Webbrowser, was zur Administration der M23-Weboberfläche benutzt wird. Dann brauchen wir natürlich noch den M23-Server selbst, der die Verwaltung aller M23-Clients übernimmt. Darüber kann er auch noch weitere Aufgaben wahrnehmen, wie Client-Authentifizierung über LDAP, das Zwischenspeichern von Paketen, die aus dem Internet heruntergeladen und an die M23-Clients verteilt werden. Es ist darüber hinaus auch möglich, eigene Paketquellen auf dem M23-Server anzulegen. Und dann gibt es viele weitere Aufgaben, die der M23-Server übernehmen kann. Er kann zum Beispiel die Entwicklungsplattform für M23 sein, er kann als Host für virtuelle Maschinen dienen und so weiter und so fort. Und als vielleicht wichtigsten Punkt haben wir auch noch die M23-Clients, an denen vielleicht gearbeitet wird, die die Aufgaben von Servern übernehmen und auf denen verschiedene Distributionen installiert sind, mit vielleicht auch unterschiedlichen Desktops. Mit M23 können Linux-Distributionen auf Systemen installiert werden, einmal Bare-Metal-Systeme, also direkt auf dem Blech ohne Virtualisierung dazwischen, oder man kann auch virtuelle Systeme damit installieren, also virtuelle Maschinen. Dabei kann der Speicher, den die Festplatte oder die SSD bereitstellt, relativ frei partitioniert und formatiert werden. Je nach Distribution gibt es eine unterschiedlich große Auswahl an Körneln und Desktop-Oberflächen, zum Beispiel KDE, GNOME, XFCE, LXDE, Trinity, Cinnamon, Unity, MATE und was es noch alles gibt. Oder man kann ein System installieren, was bloß den Textmodus bietet. Darüber hinaus ist es auch noch möglich, bereits bestehende Debian-basierte Systeme in M23 zu integrieren, also Debian, Ubuntu oder Linux Mint, so dass man diese Systeme weiter über M23 administrieren kann. M23 verwendet die Paketquellen der jeweiligen Distribution und kann deswegen einen sehr großen Fundus an verschiedenen Software-Paketen installieren, sowas wie Bildbearbeitung, Office-Anwendung, Entwicklungsumgebung, Datenbanken oder Webserver und vieles, vieles mehr. In Debian 12 zum Beispiel sind über 64.000 Software-Pakete enthalten, die lizenzkostenfrei installiert werden können. Und das Ganze funktioniert auch mit M23, so dass man über die M23-Oberfläche Pakete installieren, deinstallieren, vorhandene Software aktualisieren kann. Und im Falle eines Falles kann man auch das System wiederherstellen. Der M23-Klient wird dann wieder genauso aufgesetzt, wie er über M23 installiert und konfiguriert wurde. Darüber hinaus gibt es auch noch ein Notfallsystem, mit dem man einen M23-Klient über PXE starten und sich dort einloggen kann, um Fehleranalyse zu betreiben. Über die M23-Oberfläche kann man auch Paketquellen verwalten. Also man kann sich neben den Distributionspaketquellen auch eigene bauen, um zusätzliche Pakete mit dazu zu ziehen, die von anderen Quellen stammen. Man kann auf dem M23-Server auch Pakete direkt über die M23-Oberfläche bauen lassen, die dann auf den M23-Klients verfügbar und installierbar sind. Für den Fall, dass man es mit sehr vielen Systemen zu tun haben sollte, bringt M23 einige Komfortfunktionen mit. Unter anderem die Gruppenfunktionen, so dass man auf einer Gruppe von M23-Klients Installationen, Deinstallationen oder Aktualisierungen ausführen kann. Jeder M23-Klient kann gleichzeitig in mehreren Gruppen Mitglied sein. Möchte man auf einen Schlag mehrere Systeme oder eine sehr große Gruppe von M23-Klients installieren, bietet sich die Masseninstallation dafür an. Man erstellt erstmal ein Template, wo man grundlegende Züge der zukünftigen Systeme festlegt, also sowas wie Distribution, Desktop, vielleicht den Körner mit dazu und weitere Parameter. Von diesem Template werden die richtigen M23-Klients mit verschiedener Hardware zum Beispiel und mit abgewandelten Parametern generiert. Also man kann einige Parameter generieren, zum Beispiel fortlaufender Hostname, dass einfach eine Zahl dabei erhöht wird, oder Benutzernamen mit fortlaufenden Nummern. Man kann auch Passworte nach Zufall generieren lassen. Oder bei IP-Adressen werden welche aus einem Pool genommen, die noch frei sind. Und anschließend installieren die ganzen M23-Klients ihre Distribution, so wie es vorgegeben wurde. Über Paketzusammenstellung kann man, wie der Name ja eigentlich auch schon sagt, eine Menge von Paketen zu einem Gesamtwerk zusammenpacken, dass man vielleicht eine Paketzusammenstellung Office hat, da ist ein LibreOffice drin, da ist vielleicht GIMP drin und weitere Anwendungen. Und dann installiert man bloß noch diese Zusammenstellung im Gegensatz zur Einzelauswahl der einzelnen Pakete. Wenn man jetzt sehr große Dateien innerhalb von seinem Netzwerk verteilen möchte, zum Beispiel virtuelle Maschinen, die schon vorkonfiguriert sind und nur noch als Image ausgerollt werden, gibt es auch eine Möglichkeit, diese über BitTorrent auszurollen. Das ist direkt schon in M23 drin und bietet sich dort an, wo vielleicht das Netzwerk zum M23-Server nicht besonders schnell ist oder wenn man sehr viele Systeme gleichzeitig installieren möchte, einfach dorthin ausgelastet ist. Über BitTorrent werden einzelne Bestandteile von der zu übertragenen Datei unter den einzelnen Clients ausgetauscht, sodass die die Lücken in der Datei auffüllen und so geht das Ganze deutlich schneller, als wenn alles zentral vom M23-Server kommen würde. M23 ist beim Konfigurationsmanagement besonders flexibel, weil kein Weg direkt fest vorgeschrieben ist. Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten, was man nutzen kann oder man macht irgendwas Eigenes. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, die M23-API zu nutzen und auch die Funktionen, um Dateien zu editieren. Bei Debian-basierten Distributionen kann man auch die DepCon verwenden. Das ist so ein Konfigurationssystem, was für Debian-Pakete verwendet wird, in dem man Parameter ablegen kann. M23 importiert aus den Debian-Paketen der jeweiligen Distributionen spezielle Parameter, sodass diese über die M23-Weboberfläche auch anpassbar sind. Natürlich kann man auch irgendeinen Spezialisten wie Puppet, Rex, Chef, CF-Engine oder direkte Skripte in AWK oder SET schreiben, um Pakete oder irgendwas anderes am System anzupassen, wie man es gerade gerne hätte. Darüber hinaus wäre es auch noch möglich, eigene Debian-Pakete zu bauen, die Skripte enthalten, die Konfigurationsaufgaben vornehmen, die die DepCon modifizieren oder eigene Konfigurationsdateien mitbringen. Man könnte auch noch auf die Idee kommen, ein Versionsverwaltungssystem wie Git, Subversion, CVS oder sonstiges zu verwenden, in dem zentral alle Konfigurationsdateien abgelegt werden und die Clients ziehen sich die Konfiguration zum letzten Stand einfach direkt auf ihre Festplatte rüber. Ja, also es gibt viele Möglichkeiten, was man machen kann. Der Administrator muss selbst entscheiden, mit welcher Methode er sich am wohlsten fühlt. Das war jetzt eine sehr kurze Zusammenfassung und eine Vorstellung von einigen Funktionen, die M23 so mitbringt. Es gibt darüber hinaus natürlich noch sehr viele weitere Funktionen und wenn euch das interessiert, guckt einfach auf die Projektseite bei m23sourceforge.io mal vorbei, da steht deutlich mehr noch. Dort gibt es auch das Server-Installations-ISO, damit ihr einen M23-Server installieren könnt und dort stehen auch andere Installationswege. Zudem gibt es Community-Informationen, die sich eigentlich eher an ein technisch interessiertes und versiertes Publikum richten, unter anderem auch den Quelltext, der allerdings bei GitLab gehostet wird. Für diejenigen von euch, die Hilfe beim Installieren von M23, dem Anpassen und sonst was brauchen, bin ich auch da. Ich biete nämlich Dienstleistungen zu M23, Linux und freie Software an. Unter anderem Softwareentwicklung für M23, aber auch für andere Projekte. Ich helfe euch bei der Administration von M23 und den M23-Clients, die ihr damit betreiben möchtet, oder auch von anderen Linux-Systemen. Darüber hinaus gibt es Schulung, Support, Beratung, quasi zu allem, was irgendwie mit Linux und Open Source und natürlich auch mit M23 zu tun hat. Ja, guckt einfach mal vorbei, entweder auf großhabermann.de, wo meine ganzen Dienstleistungen drauf sind und wo es auch noch Informationen zu M23 gibt und anderen Dingen, die ich so mache. Oder schaut bei der Projektseite mal vorbei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020